Hallo liebe Neutastisch-Fans und ich darf euch ganz herzlich zur ersten Poké-News-Folge in diesem Jahr begrüßen. Vorab möchte ich euch noch mitteilen, dass die News schon etwas länger bekannt sind, aber ich möchte sie euch dennoch mitteilen und das Video wäre auch schon gestern rausgekommen, wäre ich nicht so inkompetent und würde das Video gleich wieder nach dem Speichern und Schneiden löschen. Aber naja, es kommt schon mal vor, auch wenn es immer nur mir passiert. Viel Spaß mit dem Intro, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Die heutige Poké-News-Folge dreht sich insbesondere um die aktuellen Editionen Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Denn wer schon immer die Einhaltsstarter in ihrer finalen Entwicklung, Serpio-Royal, Flambyrex und Admorai, im Team in der Höhenregion kämpfen sehen will, der hat jetzt die Möglichkeit. Denn bis zum 30. November 2015 könnt ihr die drei in euer Team holen. Und alles, was ihr dazu braucht, ist ein 3DS, eine bestehende Internetverbindung und ein Exemplar von Omega Rubin und oder Alpha Saphir. Dazu müsst ihr ganz einfach in der Pokémon-Menü-Auswahl auf Geheimgeschehen gehen und dann per Seriencode empfangen. Ich blende euch jetzt gerade mal die Codes ein, die ihr eingeben müsst, damit ihr das nicht aus meinen Worten heraushören müsst. Für Serpio-Royal gebt ihr Pokémon 497 ein, für Flambyrex Pokémon 500 und für ein Admorai Pokémon 503. Und für wen das jetzt zu schnell gesagt wurde, der kann ganz gerne in die Videobeschreibung gucken, denn da habe ich das auch nochmal geschrieben. Und falls nicht, dann spult einfach nochmal zurück und drückt auf Pause. Da steht es auf jeden Fall. Man weiß ja nie, ob ich da mitdenke oder nicht. Und wer sich jetzt an diesen drei Event-Pokémon nicht satt essen konnte und ein stolzer Besitzer der Pokémon-Bank ist, der kann sich ab dem 27. Februar bis zum 30. November 2015 die finale Entwicklung der Joto-Starter, Meganie, Tornupto und Impagato für die Editionen X, Y, Omega Rubin und Alpha Saphir downloaden. Alter, sechs Event-Pokémon, da haben wir jetzt aber mal mächtig vorgesorgt für die nächste Zeit. Aber wem das immer noch nicht reicht und wer jetzt immer noch was braucht, der kann sich seit gestern im Nintendo eShop den Titel Pokémon Shuffle kostenlos für die 3DS-Familie downloaden. So, und wenn es da draußen jetzt irgendeinen Nerd gibt, der jetzt fragt, was zum Geier ist Pokémon Shuffle? Für den erkläre ich das nochmal ganz kurz. Pokémon Shuffle ist in etwa ein ähnliches Game wie Candy Crush. Kennt ihr bestimmt aus dem Play Store oder App Store. Bei diesem Spiel muss der Spieler eine bestimmte Reihe von Elementen aneinanderketten, um weiter im Spiel zu kommen. Und sowas in etwa ist Pokémon Shuffle auch. So, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem ich euch gerne meine Meinung zur Pokémon Shuffle mitteilen möchte. Da sowohl positive und negative Aspekte für diesen Titel sprechen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Positiven, damit wir positive Gedanken haben. Positiv ist es, dass es eigentlich ein relativ kurzes, simples Minigame ist, mit dem man ab und zu spielen kann. Dazu ist es kostenlos, bis auf zusätzliche Inhalte, auf die ich gleich nochmal komme. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid, ihr seid im Park und ihr wollt nicht gerade mit eurem Handy spielen, euer Akku ist leer, was weiß ich, dann könnt ihr Pokémon Shuffle zocken statt Candy Crush oder irgendwas anderes, was diesem Spiel ähnelt. Wenn ihr irgendwo im Wartezimmer seid und ihr habt euren 3DS dabei, dann könnt ihr jederzeit Pokémon Shuffle spielen. Also, ich finde die Idee super. Allerdings, was jetzt, wo wir zu den negativen Aspekten kommen, was mich daran stört, dass es mich wirklich zu sehr an eine App erinnert. Ich meine, nehmen wir jetzt mal, ich will jetzt keine Apps irgendwie im Vergleich nehmen, aber ihr müsst euch quasi vorstellen, bei Pokémon Shuffle habt ihr 5 Versuche, 5 Leben. Wenn ihr ein Spiel startet, dann wird euch ein Leben genommen. Dieses Leben kehrt nach ca. 30 Minuten wieder zurück. Das heißt, wenn ihr alle 5 Leben verbraucht habt, müsst ihr erst mal eine Zeit lang warten, bis ihr weiterspielen könnt. So, das klingt als erstes schon mal teilweise positiv, als auch negativ positiv ist es, dass der Spieler nicht stundenlang an Pokémon Shuffle hängt, sondern auch mal was mit Freunden und Verwandten und mit anderen Leuten macht, also, dass er nicht den ganzen Tag nur vor seinem Gerät hockt und zockt. Das finde ich positiv. Negativ ist es wirklich für denjenigen, der zocken möchte, der dann nicht weiterspielen kann. Und da kommt nämlich das jetzt dazu. Pokémon Shuffle ist kostenlos, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Allerdings kann man sich zusätzliche Inhalte für echtes Geld kaufen. Darunter zählen diese Leben. Also, ihr könnt euch diese Leben nachkaufen, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst jetzt unbedingt weiterspielen. Die kosten dann, ich glaube, zwischen Euro bis 5 Euro. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall, also, falls ihr nicht warten wollt, diese halbe Stunde, bis ihr ein neues Leben kriegen könnt, dann könnt ihr das mit echtem Geld kaufen. Wovon ich allerdings wirklich eher abraten möchte, da es ja schon ein Free-to-Play ist. Und man muss jetzt nicht da unbedingt Geld hinein investieren. Letztendlich ist es mir egal, wie viel Geld ihr in Pokémon Shuffle rein investiert. Ich kann euch nur sagen, dass ich es nicht tun werde, da ich das Spiel relativ selten spielen werde. Aber allein die Tatsache, dass es Pokémon ist und ein Free-to-Play, spricht schon mal dafür, dass ich es mir holen werde. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, und ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass das Spiel mich einfach zu sehr an eine App erinnert. Ihr kennt das mit Sicherheit, irgendwelche Apps, da habt ihr auch nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Wenn die aufgebraucht sind, müsst ihr erst mal ein paar Minuten, Stunden sitzen und warten, bis die Energie wieder volle Kanna aufgeladen ist, damit ihr weiterzocken könnt. Und das finde ich für Nintendo eigentlich ein bisschen, naja, doof, dass man einfach nicht weiterzocken kann. Ich meine, wir hatten damals diese schöne beim 3DS, zum Beispiel war eigentlich bei so ziemlich jedem Spiel, ich sage jetzt ein Beispiel Super Mario 3D Land, da hat man es immer wieder nach drei, vier Leveln, kam dann so die Anzeige, du hast jetzt lange genug gespielt, leg doch mal bitte eine Pause ein. Diesen Button konnte man dann überspringen und konnte weiterzocken, oder man hat gesehen, aha, ich spiele wirklich viel, ich mache jetzt mal eine Pause. Mittlerweile hat mich das so genervt, dass ich das einfach ignoriert habe, mir eben mal weggeklickt und ich wette, das haben 90% von euch auch. Und dann gibt es halt auch die Leute, die wirklich drauf hören, weil ich meine, man muss ja wirklich nicht den ganzen Tag zocken, aber ja, ich habe es getan. Mich persönlich würde es ja mal interessieren, ob Nintendo jetzt plant, weiterhin solche Free-to-Play-Games rauszubringen, weil das an sich schon eine nette Idee ist, und die dann auch mit kostenpflichtigen Inhalten auszubauen, beziehungsweise sich so die Wartezeiten zu verkürzen. Das heißt, wenn man seine Versuche aufgebraucht hat, dass man dann gleich losstarten kann, indem man mit Echtgeld bezahlt, katsching, und dann weiterspielen kann, oder sich in Zukunft wieder viel mehr Zeit nehmen, um gute Spiele rauszubringen, wie schon das von uns allen lang erwartete The Legend of Zelda für die Wii U. In der letzten Nintendo Direct-Ausgabe wurde zusätzlich auch noch ein Spiel vorgestellt, das Pokémon Shuffle sehr ähnelt und auch auf dem gleichen Spielprinzip basiert. Das Ganze ist ein Two-in-One-Game, das heißt zwei Spiele in einem, denn dieses Spiel erscheint zusätzlich mit der gleichen Spielmechanik, bloß, dass die Charakter und die Icons aussehen wie die spielbaren Figuren von Super Mario. Das heißt, ihr könnt in diesem Spiel gegen Goombas und Koopas antreten, das heißt, ihr müsst diese Elementenketten aneinander rein, und mit diesen Punkten könnt ihr dann auf Goombas, Koopas, Paragombas, Parakoopas Dinge werfen und sie somit besiegen, was ich persönlich super cool finde. Das Ganze erscheint sowohl als Hardware, als auch als Software, das heißt, ihr könnt es euch entweder im Laden kaufen oder ladet es euch im Nintendo eShop runter. Wurde jetzt allerdings nicht genannt, ob es auch mit dieser Funktion, mit diesen Versuchen aufbaut, also dass ihr diese Versuche habt, die irgendwann aufgebraucht sind, und ihr sie entweder mit echtem Geld bezahlt oder ihr einfach wartet, bis die Zeit verstrichen ist. Aber vielleicht wird da im Laufe des Monats oder des Jahres noch mehr bekannt, bis der Titel erscheint. So, das war es auch schon wieder mit den heutigen Poké-News. Bevor wir jetzt ins Wochenende starten, möchte ich euch noch gerne drei Meldungen bringen. Meldung Nummer 1 beinhaltet, dass dieses Video bereits am Mittwoch kommen sollte. Und ich hatte es auch schon fertig geschnitten und es sollte hochgeladen werden. Und dann habe ich es geschafft, alle Inhalte zu löschen. Das heißt, ich dürfte das komplette Video nochmal von vorne machen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich frage mich immer selber, wie kriege ich das eigentlich hin? Also, ich habe echt so eine angeborene Inkompetenz. Meldung Nummer 2. Am Dienstag kommt ein neues Video. So, nein, warte, sagen wir es anders. Am Dienstag fange ich an, ein neues Video zu drehen. Und wann das dann kommt, seht ihr. Ich hoffe aber, dass es am Dienstag fertig ist und ich es euch dann gleich mitteilen kann. Die Kategorie wird diesmal Marvel sein, also neue Marvel-News, die zwar auch schon etwas länger bekannt sind, aber ich wollte jetzt erstmal warten, bis das Ganze sich gesenkt hat. Wer die Marvel-News aktuell verfolgt, der könnte sich eventuell schon denken, um was es geht. Aber mehr möchte ich auch noch nicht verraten. Die letzte Meldung erleichtert mich persönlich zutiefst und Leute, die noch von meinem alten Kanal dabei sind oder meinen alten Kanal sich mal angeschaut haben, die kennen mit Sicherheit noch mein altes Schneideprogramm, meinen Sony Vegas, das irgendwann den Geist abgegeben hat. Ich, Schlau-Fuchs, habe es geschafft. Ich bin irgendwie zufällig auf das Programm gegangen und habe irgendwie einfach mal Programm reparieren gesagt und dann ging das auch wieder. Also, ich habe mir echt mal wieder ein Face-Point gegeben, weil ich es nicht geschafft habe, dieses Programm zum Laufen zu kriegen. Ich dachte erst, es liegt daran, dass mein PC einfach zu viele Daten hat und das Programm einfach nicht mehr öffnen kann. Aber es war anscheinend nur eine Datei fehlerhaft, die ich deinstalliert und neu installiert habe. Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert. Das heißt, ich kann euch jetzt in Zukunft wieder Videos zeigen, die mit meinem Sony-Schneideprogramm geschnitten worden sind und nicht mit Movie Maker. Das heißt, ich kann euch jetzt mehr Elemente und mehr Sachen bieten und bla. Yeah. Gut, also dann danke ich euch fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Nerd-Video. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Weiterzocken und man sieht sich. Ciao. Das war's für heute. 容era. Das war's für heute. Tobi geht's. Das war's für heute.